Boim, 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 ja, boim. Und dementsprechend wollte ich dann, ja, das heute mal nutzen, um so ein bisschen als vielleicht auch Paradebeispiel dafür, dass das hier auch dient, wofür dieser Kanal stehen kann, wofür er dienen kann. Nämlich so ein bisschen, um Aufklärung zu betreiben. Nicht um euch politisch zu beeinflussen, sondern tatsächlich vor allem dahingehend erstmal, dass ihr euch darüber ein fünftiges Meinungsbild machen kann. Denn das ist gerade das, woran es mich wieder, zumindest aus meinen Eindrücken, was ich jetzt so an Videos gesehen habe, was jetzt da die letzten zwei Tage rumkam, doch ein bisschen, ja, wieder fragwürdig war. Also wie das da so mit, ja, der politischen Willensbildung der Zuschauer steht. Ich versuche mich so kurz wie möglich bei Wade zu halten, aber ich weiß nicht, wie schnell ich das schaffe. Das Thema ist doch ein bisschen komplexer, deswegen fangen wir einfach gleich mal an und erklären erstmal, was ist denn dieser Artikel 13, dieser ominöse Artikel 13, um den es jetzt geht. Wo sich jetzt die YouTube-Welt so ein bisschen drüber und drumherum überschlägt. Es geht vom Prinzip im Artikel 13 vor allem darum, dass man halt versucht zuzusehen, dass man die Sachfrage klärt, wie es um die Schuldzuweisung steht bei Urheberrechtsverletzungen. Denn momentan ist es tatsächlich so geregelt, um darauf mal ganz kurz zu sprechen zu kommen, dass wenn ich mich jetzt hinstelle und eine Urheberrechtsverletzung begehe, dass ich dann derjenige bin, der quasi angezeigt wird, also als Nutzer der Plattform bzw. der Herausgeber des Videos. So, Artikel 13 sieht jetzt aber vor, dafür dann stattdessen nämlich, ja, die Konzerne haftbar zu machen, also die Plattform haftbar zu machen, auf dem dieser ganze Urheberrechtsmissbrauch, diese Urheberrechtsverletzung geschieht. So, und genau, dieser Artikel 13, also verfasst von der EU, ist momentan, soweit ich weiß, noch nicht endgültig durch. Er ist tatsächlich momentan irgendwo zwischen den Instanzen am Hin- und Herschwingen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo er gerade ist. Wenn das jemand von euch gerade weiß, dann haut es nochmal in den Kommentar rein. Auf jeden Fall steht er momentan halt zur Debatte. So, und genau, tatsächlich ist es dann nämlich so, dass, ja, aufgrund dieses Artikel 13, nämlich es dann ja so sein kann, dass tatsächlich halt, ja, diese jeweiligen Plattformen für die Urheberrechtsverletzung dann haftbar gemacht werden würden, also unter anderem auch YouTube. So, und jetzt hatte die YouTube-Chefin vor ein paar Tagen ihren mordlichen Brief herausgegeben. Sie hat nur so einen Brief, soweit ich gehört habe, der hat es herausgegeben. Und da stand dann, ja, inhaltsmäßig ungefähr sowas drin, ich zitiere jetzt nicht, ich gebe grob wieder, dass es tatsächlich vielleicht darauf hinauslaufen könnte, dass man zumindest als YouTube selbst mit den Gedanken spielen würde, vielleicht tatsächlich da sich etwas anderes zu überlegen. Also YouTube vielleicht in der EU, ja, tatsächlich, sie drohen damit, es zu schließen, um es kurz zu machen, ne. So, klingt jetzt erstmal natürlich brutal hart, machen wir erstmal weiter. Ähm, an dieser Stelle hat tatsächlich, also dieses, ja, diese Drohung des Konzerns, ne, also von YouTube, unserer guten allen Plattform selbst, hat dann zum Beispiel, haben so YouTube aufgegriffen, wie zum Beispiel Gute Wissenswert und hat das dann so verpackt, beziehungsweise so klingen lassen, als würde dadurch halt jetzt dieser Artikel 13 tatsächlich die Existenz von YouTube bedrohen, also quasi auch die Existenz von diesem Kanal, beziehungsweise euren ganzen Lieblingskanälen. Weil es ja dann sein könnte, dass YouTube sich auch in Europa zurückzieht. So, und, äh, an dieser Stelle muss ich dann nämlich mal dann auf jeden Fall ganz kurz einhaken. Denn vom Prinzip her ist es nämlich nicht so, dass YouTube sich einfach da hinstellen kann und sagen kann, wir schließen jetzt mal eben für Europa halt YouTube selbst. Denn, ähm, tatsächlich ist es nämlich so, dass das Ganze, was momentan ist, mehr eine Drohgebärde von Seiten YouTubes gegenüber, ja, tatsächlich der EU ist, beziehungsweise vor allem dafür sorgen soll, dass, ähm, ja, wir, die YouTuber instrumentalisiert werden, so ein bisschen, um auf jeden Fall, ähm, ja, euch zu beeinflussen, Stimmung zu machen gegen diesen Artikel 13. Denn, ähm, ja, wie ihr vielleicht euch denken könnt, haben wir YouTuber ja durchaus einen gewissen, kleinen, vielleicht auch größeren Einfluss, je nachdem, wie ernst ihr uns nehmt, auf euren Lebensalltag und auf eure Meinung selbst. Und wenn wir sagen, das ist so und so, dann gibt es einige da draußen, die das uns auch glauben. So, und, ähm, tatsächlich ist das also so, dass man jetzt versucht, dementsprechend also mit dieser Angst zu schüren bei den YouTubern, beziehungsweise auch bei den Zuschauern, aber vor allem erstmal bei den YouTubern, versucht man dadurch zu provozieren, dass wir YouTuber-Videos machen gegen diesen Artikel 13, dass wir versuchen, euch aufzuwiegeln gegen diesen Artikel 13, dass sozusagen, ja, tatsächlich dieser Artikel 13 gekippt wird. Aber ich würde mich auf jeden Fall nicht so panisch machen lassen an eurer Stelle, denn was wir hier sehen, ist wirklich nur ein großer Machtkampf zwischen der EU und YouTube. Denn, ähm, ja, worum es eigentlich geht, ist, YouTube beziehungsweise Google versucht sich tatsächlich so ein bisschen aus dem Artikel 13-Fall herauszuwinden. Denn, äh, was hieße tatsächlich der Artikel 13 im Endeffekt für Google-YouTube, dass sie tatsächlich drüber nachdenken müssen, nicht nur einen Upload-Filter reinzubringen, also so, ähm, einzubringen, einen noch besseren, einen, der tatsächlich mehr filtert, was natürlich mit Kosten verbunden ist, sondern tatsächlich halt auch diese Gerichtsprozesse zu führen. Das müssten sie jetzt demnächst mit einplanen und einkalkulieren, was dann natürlich ein ordentlicher Kostenpunkt wäre, den Google-YouTube natürlich schaut. So, und da versuchen sie sich jetzt gerade so ein bisschen mit Händen und Füßen dagegen zu wehren. Um da irgendwie aus der Schlinge, möchte ich mal sagen, rauszukommen. Und dementsprechend also tatsächlich über euch, äh, beziehungsweise über uns und dann über euch im nächsten Schritt sozusagen dieses Gesetz dann, ja, zu kippen. Und, ähm, dementsprechend also, ja, ähm, habe ich jetzt ein bisschen sogar den Faden verloren. Ähm, genau. Sie wollen halt nicht auf diesen Kosten sitzen bleiben und das versuchen sie sich einzusparen und da ist sie momentan so ein bisschen jedes Mittel recht. Und da kommt dann halt auch die Drohung der Schließung von YouTube Europa tatsächlich ins Spiel. Aber, worauf ich nämlich jetzt hinaus möchte, ist, dass man sich dann nicht Kirre machen lassen darf, weil wir, wenn, wenn ihr mal drüber nachdenkt, wie viel Umsatz YouTube macht für Google, beziehungsweise wie viel Geld einfach durch YouTube fließt, dann ist diese Summe, die allein der EU entsteht, sehr, sehr viel größer als tatsächlich das, was bei diesen Gerichtskosten, äh, Gerichtskosten, beziehungsweise Entwicklungskosten für diese Software und bei den Gerichtskosten für diese Gerichtsprozesse tatsächlich beabfällt. Also, ähm, ihr müsst euch auf jeden Fall aus meiner Sicht keine Panik machen, dass, ähm, ja, YouTube demnächst geschlossen werden könnte. Das sind für mich einfach nur Drohgebärden innerhalb dieses Machtkampfes zwischen EU und YouTube. Und, ähm, tatsächlich, also, YouTube kann es sich gar nicht leisten, auf tatsächlich den Markt Europa zu verzichten. Denn, überlegt mal, wie viele Millionen, wie viele 100 Millionen Einwohner hat Europa? Es sind auf jeden Fall ein paar mehr. Wie viele benutzen YouTube? Denke ich mal auch, auf jeden Fall sind wir über der 100 Millionen Marke drüber. Behaupte ich mal ganz frech, so wie ich bin. Und, ähm, ja, dementsprechend kann sich das YouTube also gar nicht, oder könnte es sich gar nicht erlauben, tatsächlich in Europa zu schließen. Vor allem, weil es das nämlich tatsächlich dann auch eine Marktlücke offenbaren würde, in die dann sofort andere, tatsächlich etwas weniger, ähm, versteifte, nenne ich es jetzt mal, Plattformen reinspringen würden, als tatsächlich das aufgreifen würde, ähm, und dementsprechend diese Marktlücke reinspringen würden. Und dann tatsächlich YouTube, das ja doch so ein bisschen eine Monopolstellung hat, gerade im Bereich Video, ja, im Bereich Videos von Leuten, also Videocontent. Da haben sie ja um und haben ein bisschen die Nase vorne, ist ja so fast so eine Monopolstellung. Das würden die halt, andere Konzerne würden das angreifen, würden tatsächlich das nutzen. Das könnte sich YouTube gar nicht erlauben. Also von daher, worauf ich jetzt halt hinaus will, ist, dass ich euch auf jeden Fall die Angst nehmen will, ihr braucht keinen Schiss haben, also YouTube Europa wird nicht geschlossen. Das, das können sie sich gar nicht erlauben, das werden sie nicht machen. Und, genau, darauf wollte ich mal ganz kurz hier eben darauf schließen, dass ich mal eben das so an dieser Stelle losgeworden bin. Also wenn ihr so Videos seht, wo ihr das findet, so, wo dann wieder steht, so, ja, YouTube wird bald dicht gemacht. Freunde, macht euch bloß keine Panik, das wird nicht passieren, das können sie sich nicht erlauben. Und, genau, darüber wollte ich mal eben kurz mit euch reden, beziehungsweise euch über dieses, ja, kleine Thema an dieser Stelle eben fix aufklären. Ich weiß, ich habe mich jetzt in manchen Sachen wiederholt und es ist auch nicht alles perfekt, aber ich habe das jetzt gerade wirklich innerhalb von, nicht mal fünf Minuten habe ich das jetzt hier vorbereitet und auch jetzt mal so ein bisschen auf Nachfrage von, von den Leuten auf Discord so, habe ich dann mal ganz kurz mal eben mich mit auseinandergesetzt. Und, ja, genau, also deswegen ist das Video jetzt hier so semi-dolle. Aber, genau, es geht ja vor allem jetzt hier um diese Kernbotschaft. Genau, und deswegen, darauf sollte das auch hinauslaufen. Also, wie gesagt, YouTube Europa wird nicht dicht gemacht. Über Artikel 13 macht euch euer eigenes Bild so, aber ich persönlich sehe das nicht so kritisch wie viele andere. Ich persönlich finde diesen Artikel 13 sogar tatsächlich gar nicht mal so übel. Also, ich persönlich werde auf jeden Fall nicht mehr gegen ihn stimmen. Vorher habe ich mal dafür gestimmt so, aber das hatte damals noch andere Hintergründe gehabt. Jetzt bin ich da, also, früher habe ich dagegen gestimmt, jetzt bin ich tatsächlich mehr so ein bisschen Befürworter. Aber, wie gesagt, so, also macht euch da auf jeden Fall euer eigenes Bild. Und das ist, wie gesagt, das, wofür so ein bisschen dieser Kanal auch paraden, wie ich stehen sollte. Jetzt, wo das Beispiel aufkam, das musste ich mal ganz kurz nutzen. Also, wie gesagt, macht das, was ich euch immer predige. Schaltet euren Wirsing ein. Ich meine, ihr habt den Kürbis obendrauf nicht ganz umsonst. Und, ja, dementsprechend würde ich sagen, das war es dann auch schon an dieser Stelle. Ich bin mal gespannt, was ihr so dazu sagt. Und, ja, dementsprechend können wir uns sonst in den Kommentaren drunter halten. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Viel Spaß mit anderen Videos. Und man sieht sich demnächst. Ciao. Ciao.